Ja, herzlich willkommen zum hr-Sommerinterview. Wir sind heute verabredet mit dem hessischen Wirtschaftsminister, dem Verkehrsminister und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir. Schönen guten Tag. Sie haben uns hierher eingeladen. Wir sitzen auf dem Homburger Damm. Warum geht es heute hierher? Warum haben Sie diesen Ort ausgesucht? Ja, weil man jetzt sehen kann, dass wirklich gebaut wird, wenn es um Schiene geht im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben ja große Kapazitätsengpässe. Wir wollen mehr Menschen in die Züge bringen. Dazu müssen mehr Züge fahren. Die müssen pünktlicher werden. Und dazu braucht es mehr Gleise. Und ich habe hier vor drei Jahren den Spatenstich gemacht. Und das geht gut voran. Und Ende nächsten Jahres wird es hoffentlich eröffnet werden können. Und dann geht es in Richtung Wiesbaden, Bad Homburg, Limburg, pünktlicher, besser. Und das ist dringend nötig. Da setzen wir gleich weiter an. Lassen Sie uns vorher aber mal über das wichtigste politische Sommerthema aus Wiesbaden reden. Die Drohmail-Affäre. Dort gibt es seit zwei Jahren keine Ermittlungserfolge. Was ist da los? Also zuallererst muss man sagen, wir haben ein fürchterliches Jahr hinter uns. Der Mord an Walter Lübcke, die Morde in Hanau. Und wir haben rechtsextremen Terror. Und an dieser Stelle ist völlig klar, wir haben es mit Terror zu tun. Und genauso müssen wir als Gesellschaft und als Staat auch darauf antworten. Was die Drohmails angeht, ist das eine Katastrophe für die Opfer, die bedroht werden. Und wir müssen alles dafür tun, sie zu schützen. Und wir müssen natürlich auch alles dafür tun, diese Taten aufzuklären. Das ist natürlich im Darknet schwierig, wenn Leute sich gut verbergen. Und an dieser Stelle ist es so, dass ich glaube, dass alles getan werden muss und jetzt auch getan wird, um da mit Hochdruck ranzukommen. Und was ganz, ganz wichtig ist, die staatlichen Stellen müssen an dieser Stelle über jeden Verdacht erhaben sein. Wird da wirklich alles getan, Herr Al-Wazir? Also in der Opposition. Damals, da hatte ich den Eindruck, da haben Sie die CDU ja schärfer abgekocht. Wird jetzt alles dem Koalitionsfrieden untergeordnet? Nein, das ist ja keine Koalitionsfrage. Das ist eine Sache, wo wir alle gemeinsam ein Interesse daran haben müssen, dass die Sicherheitsbehörden über jeden Verdacht erhaben sind. Und es ist ein furchtbarer Verdacht, wenn Teile derer, die dafür da sind, Opfer zu schützen, in Verdacht geraten, Tätern zu helfen. Und genau an dieser Stelle wird jetzt durchgegriffen. Es wird alles dafür getan, an dieser Stelle zu schauen, dass man die Täter bekommt, dass man den Verdacht aufklärt. Aber man muss immer sagen, bisher ist es nur ein Verdacht. Man muss alles dafür tun, das zu klären. Nun gibt es aber auch Kritik aus den eigenen Reihen, aus der grünen Partei. Eine Bundestagsabgeordnete fragte jüngst, Zitat, was ist für die Grünen eigentlich wichtiger, die konsequente Aufklärung rechtsextremer Morddrohungen und die Rolle der hessischen Polizei oder die Koalition mit der CDU? Die konsequente Aufklärung ist für uns das Aller, Allerwichtigste. Aber es ist halt nicht eine Koalitionsfrage, sondern dieses Interesse haben alle und dies müssen auch alle haben, den Wert daran liegt, dass die Sicherheitsbehörden erfolgreich sind. Sie müssen ja erfolgreich sein und dass sie dieses Vertrauen insgesamt auch wieder bekommen. Und das ist auch im Interesse der Sicherheitsbehörden, weil die überwiegende Mehrheit der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten macht ja einen unverzichtbaren, guten Job. Auch die haben ein Interesse daran, dass ein solcher Verdacht aufgeklärt wird und wenn Leute sich da falsch verhalten, dass die bestraft werden und im Zweifel auch aus dem Dienst entfernt werden. Ja, nochmal die Frage, wie kann denn die Polizei jetzt Vertrauen zurückgewinnen? Was greift, was muss gemacht werden? Also zuallererst mal aufklären, durchgreifen, nach innen auch. Es gibt kaum eine Polizei, die inzwischen so sehr sensibel ist nach innen wie die hessische. Wenn man dann hört, es gibt etliche Verdachtsfälle, dann hat das auch was damit zu tun, dass wir jetzt hier in Hessen genauer hinschauen als andere. Das ist richtig so. Und zweitens, ganz klar, auch kommunizieren, erklären, was man tut. Es wird jetzt externen Sachverstand geben, eine Expertenkommission, wo Leute von außen auch Hinweise geben, was man besser machen muss. Es gibt einen unabhängigen Polizeibeauftragten in Zukunft, an den sich auch Polizisten von innen heraus wenden können, wenn sie nicht den Dienstweg gehen sollen, weil der Apparat muss an dieser Stelle über jeden Verdacht erhaben sein. Und dazu gehört auch, dass jeder und jede Einzelne da seine Verantwortung wahrnimmt. Von der Politik natürlich, aber auch in der Polizei, in den Sicherheitsbehörden selbst. Herr Al-Bazir, nach dem, was wir Stand heute jetzt alles wissen, was ist Ihr Eindruck, haben Polizei und Behörden diese Lage nicht ernst genommen? Doch, wir haben diese Lage ernst genommen. Auch die Behörden haben diese Lage ernst genommen. Aber wir sind, wenn es um die Frage geht, wie man mit Leuten umgeht, die aus der Anonymität heraus, aus dem Internet heraus agieren, die sich gut verschleiern, sind wir noch nicht so gut, wie wir sein müssten. Und an bestimmten Punkten gab es auch unentschuldbare Fehler. Und einer dieser Fehler ist, dass offensichtlich bei vielen Polizeibeamten kein Unrechtsbewusstsein entsteht, wenn man einfach mal eben abfragt. Und das ist auch geändert worden. Für jede Abfrage aus dem Einwohnermelderegister oder sonst woher braucht es einen dienstlichen Grund. Das kann ich nicht mal eben so machen, nach dem Motto, ich würde gerne mal wissen, wo Helene Fischer wohnt. Das geht nicht. Und das wird jetzt auch geändert, dass das eben nicht mehr so ist, dass man auch nachher nicht mehr nachvollziehen kann, wer auf bestimmte Daten zugegriffen hat. Das ist jetzt schon geändert worden. Herr Al-Wazir, wir sitzen hier einen Steinwurf vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt. Sie haben in den letzten Jahren ja immer wieder die Bahnstrecken als Lebensadern bezeichnet. Dennoch sehen wir nach wie vor einen Trend, dass die Cities, also Frankfurt, Offenbach, sind nach wie vor gefragt, wie wollen Sie das ändern? Ja, zuallererst mal, wir haben großen Wohnraumbedarf. Den müssen wir in den Städten decken, indem wir dort mehr bauen, auch Innenentwicklung machen. Aber gleichzeitig kann man nicht jeden Wohnraumbedarf in der Rhein-Main-Region nur in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, Wiesbaden stillen. Und der muss bezahlbar sein. Der muss eben auch bezahlbar sein. Und deswegen geht es natürlich darum, dass wir in diesem Modellprojekt Großer Frankfurter Bogen auch zeigen, dass man entlang der Schienenstrecken neu baut. Und machen aber nicht alle Gemeinden und Kommunen bei diesem Großen Frankfurter Bogen mit. Woran liegt es? Also wir haben das denen vor einem knappen Jahr angeboten. 55 Kommunen, 30 haben schon unterschrieben. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass auch noch die anderen dazukommen, weil am Ende haben alle Vorteile davon. Kritiker sagen, das ist vielleicht auch eher eine Nebelkerze, weil eine Stadt wie Karpen, die hatte ihr neues Wohngebiet ja schon lange Jahre vorher geplant, bevor es ihren Bogen gab. Ja, aber die spannende Frage ist, werden dann solche Planungen auch in die Realität umgesetzt? Und die Kommunen haben ja Sorge, dass sie auf den Infrastrukturkosten dann alleine sitzen bleiben. Auch das gehört ja dazu, dass wir fördern, dass wir die Anteile von Sozialwohnungen, die Kommunen bisher noch mit fördern mussten, in diesem Bereich mit übernehmen als Land. Also wir tun alles dafür, es den Kommunen so leicht wie möglich zu machen. Aber es ist völlig klar. Ein Wohnungsbauminister kann keinen Bebauungsplan in einer Gemeinde machen. Das muss die Gemeinde selbst machen. Viele Investoren sagen aber auch und klagen, es gibt viel zu viele Bauvorschriften. Die hessische Bauverordnung, da sind glaube ich mehr als 3300 Vorschriften drin. Ist das noch zeitgemäß? Also wir tun alles dafür, es zu vereinfachen. In Hessen ist für viele Bereiche schon gar keine Baugenehmigung mehr nötig, sondern nur noch eine Anzeige, eine Bauanzeige. Wir haben jetzt das serielle Bauen ermöglicht, dass man sozusagen genormte Sachen einsetzen kann und nicht mehr einzeln genehmigen lassen muss. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch, dass die Bauten sicher sind, dass Sicherheitsvorschriften eingehalten werden mit allem, was dazugehört. Sind da vielleicht am Ende die Holländer schlauer? Die haben ja ihre Bauordnung ausgerümpelt, haben 30 Prozent der Verordnung einfach mal rausgeschmissen und Ergebnis jetzt, die bauen schneller und es ist auch deutlich billiger? Ja, aber die bauen auch anders. Es ist so ähnlich wie in den USA. Diese Holzhäuser sind schnell gestellt und dann sehen wir, was passiert, wenn ein Sturm kommt. Wenn alle Deutschen bereit wären, die Aufputz-Steckdosen in Holland zu akzeptieren, dann könnten wir weiterreden, sind wir aber nicht. Wenn nun viel gebaut wird in den nächsten Jahren, dann wird auch in der S-Bahn deutlich voller? Das soll so sein und deswegen brauchen wir ja auch die Infrastruktur, damit mehr Bahnen fahren können, damit am Ende das Angebot besser wird. Sie haben viele Planungen laufen, aber anfangs ja auch schon gesagt, das dauert Jahrzehnte. Also ein S-Bahn-Ring rund um Frankfurt, Gespräche über eine Untertunnelung hier des Hauptbahnhofes. Wird das denn ausreichen am Ende? Also aus meiner Sicht sind viele Projekte jetzt, die wir seit Jahrzehnten kennen und das ist der Unterschied auf dem Weg. Da wird schon gebaut. Die Regionaltangente West ist im Planungsverfahren. Das ist auch jahrzehntelang immer nur geredet worden. Jetzt wird konkret die Bauplanung gemacht und da kommen wir dann bald dazu, dass auch wirklich gebaut wird. Und das, was über Jahrzehnte liegen geblieben ist, das kann man nicht sofort verändern. Aber das Tempo, was wir jetzt haben, das ist deutlich anders als in der Vergangenheit. Wie sieht denn die Verkehrswende auf dem Land eigentlich aus? Auf dem Land wird es natürlich nicht so sein, dass wir hier im Fünf-Minuten-Takt eine U-Bahn fahren lassen können. Der Bürgerbus wird es ja auch nicht rausweisen. Das ist das, sondern wir müssen da versuchen, ein Grundangebot aufrecht zu erhalten und zu verbessern. Aber auch das passiert. Der Nordhessische Verkehrsverbund wird jetzt den Stundentakt im Laufe der nächsten zwei Jahre einführen. Das bedeutet, dass dann am Ende die Regionalverkehre verlässlich jede Stunde fahren. Das ist aus Frankfurter Sicht unfassbar schlecht. Wenn man aber weiß, was da vorher war, ist das ein Grundgerüst, das da sein wird. Aber Sie erreichen nicht alle damit. Wir erreichen nicht alle damit. Aber natürlich ist klar, dass wir uns auch Gedanken machen über die Frage, wie funktioniert eigentlich Carsharing im ländlichen Raum. Auch da gibt es Projekte, die wir fördern. Wie funktionieren Anrufsammeltaxis? Wie funktioniert sozusagen eine Garantie, dass auch eine Verbindung da ist? All diese Sachen werden erarbeitet, finden statt. Und Hessen schneidet am besten ab, was die Erreichbarkeit von Haltestellen angeht, in der Fläche von allen Flächenländern. 96 Prozent aller Hessen haben in einer Entfernung von 600 Metern eine Bushaltestelle, wo mindestens 20 Mal am Tag etwas abfährt. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Das schreit ja geradezu nach dem 365-Euro-Ticket für alle in Hessen. Ja, wir sind ja in Hessen so weit wie in keinem anderen Land. Wir haben das Schülerticket eingeführt. Wir haben zum 1. Januar das Seniorenticket eingeführt, landesweit. Das gibt es in keinem anderen Land. Und meine Vision ist, dass wir solche Flatrate-Angebote Stück für Stück für immer mehr Gruppen einführen können. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir das auch nur mit der Finanzierbarkeit so sichern können, dass wir Schritt für Schritt vorankommen. Das Landesticket für die Landesgeschäftigten hat einen Job-Ticket-Boom ausgelöst, auch bei anderen Firmen. Also wir haben inzwischen über die Hälfte aller Hessen, die für 1 Euro am Tag im Schnitt fahren können oder umsonst. Und so möchte ich gerne weiterarbeiten. Aber es muss am Ende auch bezahlbar sein. Aber geben Sie mal eine Zeitvorstellung, einen Zeitrahmen für Ihre Vision. Wann werden alle in Hessen mit dem 1 Euro-Ticket fahren können? Also wir sind gerade schrecklich zurückgeworfen worden durch Corona. Das Seniorenticket ist am 1. Januar eingeführt worden und leider hat die Risikogruppe gerade Angst und kauft nicht so, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Aber Sie haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, Schülerticket 2017, Landesticket 2018, Seniorenticket 2020. Und ich gehe da Schritt für Schritt voran. Wann das wirklich für alle da sein wird, das kann man jetzt seriöserweise noch nicht sagen. Am Montag geht die Schule wieder los. Sie haben ja selbst zwei schulpflichtige Kinder. Wie haben Sie denen eigentlich erklärt, dass die Maskenpflicht an der Tür zum Klassenzimmer endet? Ganz einfach, weil man Unterricht mit Maske über fünf, sechs Stunden, das ist sehr, sehr schwer, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das Prinzip ist jetzt, dass man im Bus, in der Bahn, auf dem Weg zur Schule, auch im Schulhof, in den Gängen die Maske anhat. Dass man dann aber eine möglichst gleiche Lerngruppe hat, die Klasse, im Idealfall, die dann auch zusammenbleibt und falls dort eine Infektion auftreten sollte, was übrigens garantiert passieren wird. Also wir haben 800.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen. Ist ja weltfremd, dass es nicht solche Infektionen geben wird. Dann weiß man ganz genau, diese Klasse, diese Lerngruppe, die muss dann in Quarantäne, die muss dann schnell getestet werden. Aber man muss dann nicht mehr den ganzen Jahrgang oder die ganze Schule zumachen. Nun haben Sie jetzt aber auch gerade die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen verschärft. 50 Euro Bußgeld müssen gezahlt werden ab sofort. Wie wollen Sie das denn durchsetzen? Also am Ende ist es so, dass diese Regeln durchgesetzt werden von den örtlichen Ordnungsbehörden oder der Landespolizei oder der Bundespolizei, wenn es auf Schienen in der Bahn unterwegs ist. Ich habe nächste Woche alle telefonisch zusammengerufen, damit völlig klar ist, dass jeder an seiner Stelle das Richtige tut. Aber Sie wissen, ich komme aus Offenbach. Die Offenbacher Stadtpolizei hat das letzte Woche einfach gemacht in der S-Bahn-Station. Marktplatz hat 200 Mal insgesamt Bußgelder verhängt, wenn jemand die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt oder im Bus und Bahn nicht eingehalten hat. Also man kann das schon machen. Fahrkartenkontrolleure dürfen ja bislang nicht. Kann man dort auch die Vorschriften vielleicht ändern? Das ist nicht so einfach, weil da geht es um die Beförderungsbedingungen. Ein Fahrkartenkontrolleur ist ja nicht dafür da, staatliche Bußgelder zu verhängen, sondern da werden wir über die Frage reden müssen, kann man da was verändern? Aber es geht natürlich auch um die Frage, kann man die begleiten? Und da sind wir wieder bei der Frage, was macht die örtliche Polizei, also die Stadtpolizei oder eben auch die Landespolizei. Und da werden wir nächste Woche alle an einen Tisch bringen, weil es ist wichtig, dass wir diese Regeln durchsetzen. Nur wenn die Menschen sich sicher fühlen im öffentlichen Personennahverkehr, wenn sie Busse und Bahnen auch wieder benutzen. Und das müssen sie. Weil wenn jetzt ein Drittel der Leute, die vorher in der S-Bahn saßen, ab nächste Woche quasi mit dem Auto ins Büro fahren, dann wird der Dauerstau noch schwieriger. Und deswegen sind wir alle miteinander darauf angewiesen, dass Busse und Bahnen möglichst sicher sind. Herr Al-Wazir, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Gerne.